Willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. Oh, mein kleiner Schatz, deine Mami ist so stolz auf dich, dass du den Test so gut bestanden hast. Als Belohnung darfst du dir aussuchen, was du möchtest. Mein Junge ist nicht nur Klassenbester, sondern auch ein Wunderkind, das Pokémon angeht. Möchtest du uns nicht herausfordern und dich selbst davon überzeugen? Na komm, dann zeig mal, was ihr drauf habt. Ich habe vier Pokémon und hier, nur drei. Ganz viele Mobiles hat sie aber die Sätze nicht ein, sie ist jetzt lieber ein Marilyn und ein Junge, ein Felino. Na ja, gut, Felino kann man entwickeln, dann ist es ziemlich stark. Felino selbst ist nur äußerlich ganz gut, würde ich mal so behaupten. Okay, gut, ja, mein kleiner Tricky, der kann hier leider nicht viel ausrichten. Den Zwischen wir mal raus, aber Double Hit können wir mal ausprobieren, ob das mehr damit machen würde als Bills. Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Wir sollten auf jeden Fall ein paar Sachen ausprobieren. Und ja, wir werden heute versuchen, die nächste Stadt zu erreichen. Das ist das Ziel für heute. Und wir sind zwar gerade in so einer kleinen Zwischenstadt, könnte man sagen, auch wenn ein Trost oder mehr eine Stadt war, als das hier, wo wir gerade sind. Trotzdem, ähm, das ist vielleicht eher so ein Urlaubsort. Auf jeden Fall, ähm, werden wir mal schauen, wie weit der Weg uns noch hinführen wird. Oh, Griffel. Wie ist es mit einem Bein hüpfen, das andere so, versucht dich zu treten, bevor du überhaupt angreifen kannst. Ja, was soll ich zu Griffel sagen? Ist halt ein cooles Poké, also wenn man es nicht mag, dann weiß ich nicht. Kann ich nicht verstehen, kann ich nicht nachvollziehen. Vor allem, wenn man die Weiterentwicklung nicht mag. Das kann ich ja noch weniger nachvollziehen, also. So Griffel selber ist das so ein nerviger Affe. Kann ich noch verstehen, dass man ihn nicht mag, aber. Amidiffel, ich meine. Für die, die es kennen. Das ist doch, ist doch cool. Ich habe noch nie gesehen, wie es irgendwie Ärger gemacht hat, also. Wüsste ich jetzt zumindest noch nichts. Griffel machen zwar Ärger, weil sie sind offen. Aber Amidiffel, naja, ist auch nicht so wichtig. Wow, bist du stark. Alles in Ordnung? Keine Verletzten. Nein, aber ich dachte, dein Sohn wäre stark. Und nun spreche ich einen Toast aus, auf dass er ein, mein ganzer Stolz, mein Tino, wieder die beste Note in einer Klassenarbeit schreibt. Und sich nicht so auf Poké und Kämpfe konzentriert, denn da ist er nicht so gut drin, wie ich dachte. Ja, gut. Ich verstehe das nicht. Wieso prosten sich, wieso prosten sich Erwachsene erstmal zu und reden dabei von einem Toast? Die haben doch gar kein Brot dabei. Äh, naja, lassen wir's. Hm, die Färbung dieses Getränks ist außergewöhnlich grell. Aber meine Analysen ergeben, dass es aus natürlichen Zutaten besteht. Wer bist du? Ah, du bist ein Trainer, möchtest du kämpfen? Klar. Letzten Trainer, die hier noch sitzen. Den Rest haben wir in der letzten Folge schon besiegt. Die hatten eine eigentlich relativ wenig drauf, aber trotzdem besiegen wir sie. Einfach für den Fakt, dass wir hier alle Trainer mitnehmen. Also zumindest hoffe ich, dass ich bisher keinen übersehen habe. Das kann manchmal passieren. Ich weiß noch, in Sonne und Mond, da gab es immer so Trainer, die, ähm, man erst herausfordern konnte, wenn man alle anderen auf der Route besiegt hat, dann habe ich die immer vergessen nochmal zu besiegen. Äh, ja. Sonne und Mond kommt bestimmt irgendwann in zehn Jahren nochmal ins Play. Irgendwann bestimmt. Aber niemals in naher Zukunft, nein. Da habe ich noch ganz viele andere Pläne. Ich habe viele RPGs geplant für euch. Ähm, die nächstes Jahr, über den Laufe nächstes Jahres, alle drankommen werden. Zumindest, wenn es zeitlich alles so gelingt, wie ich es mir gedacht habe. Guck, was hat er für ein Blick? Was ist ein Blick so? Oh mein Gott, ich schaff das nicht. Richtig, du schaffst das nicht. Bam, ich schlack da nicht deine Pokémon zu Brei. Ich fände nicht so nett, aber... Hey, ihr wolltet ja mit mir kämpfen. Nice. Level up, wir sind alle relativ vom gleichen Standpunkt. Flammensturm, holy moly, Pepperoni. Anwenderkraft, alle Pokémon im Umkreis mit tiefroten Flammen an. Ziele, allein eventuell Verbrennungen. Ah. Hm. Ist das nicht sogar besser als Feuerschlag? Ja gut, Feuerschlag ist physisch und was man... Psychisch oder speziell auf jeden Fall. Ja, das ist so eine Frage. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Eigentlich ist er Flammensturm ein bisschen besser. Ich weiß nicht, ob Magma... Kann man nicht sogar sehen. Ähm. Normaler... Ah. Ah, physischer Kämpfer sehe ich hier gerade. Hm. 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 Ganz ehrlich, ich weiß noch gar nicht, wofür wir Bauchtrommel überhaupt brauchen. Dieser Sinn der Attacke ist, dass wir ganz viel Angriffsplus bekommen, aber dafür die Hälfte der KP verlieren. Ob das so nützlich ist, weil dann könnte man sehr wahrscheinlich dadurch sterben. Ich weiß nicht, ob das so nützlich ist, aber... Ah. Ich muss kurz überlegen. Okay, ich habe mich entschieden und ich würde sagen, äh, Flammensturm ist doch ein bisschen besser als Feuerschlag. Ich weiß, ich habe Feuerschlag so in den Himmel gepriesen und was auch immer, aber... Ich glaube, Flammensturm könnte uns da ein bisschen mehr helfen. Hm, diesen Ausgang habe ich noch nicht vor... war herbeigesehen. Vor diesem Kampf habe ich eigentlich ganz gedurft und... Aber jetzt bist du komplett traurig. So gibt es diese Kampfs, das ist vernachlässigbar. Ja, stoßen wir an. Auf dein Wohl, mein Schatz. Und jetzt fangen bloß sich an, unsere Getränke zu analysieren. Ja, ja. Ihr macht mal dort so, ne. Und ich gucke mich hier weiter um. Ich meine, in dieser Stadt gibt es viele versteckte Items. Jetzt muss ich halt hier... Ja, ganz viele Schritte. Richtige suchen. Genau das hier. Pipi. Nein. Auf jeden Fall hier ist nichts. Okay. Hier haben wir auch nochmal ein Zuhause. Oh. Okay. Sehr interessantes Haus hier. Aber wer seid ihr denn hier? Ciao. Ich bin der Projektleiter. Du arbeitest daran, deine Pokédex zu ververständigen? Habe ich recht? Es ist schon klasse, dass du so viele verschiedene Pokémon auf deiner Reise treffen wirst. Komm doch bitte wieder, wenn du deinen Pokédex mit vielen Einträgen gefüllt hast. Ach, hier ist Game Freak. Anton. Das ist wahrscheinlich Masuda. Und du bist? Hey, ich bin der Projektleiter. Und so gleich ein riesen Fan von Gengar. Gegen andere Träner zu kämpfen ist ziemlich aufregend, findest du nicht? Festige das Band zwischen dir und deinen Pokémon, um dich immer stärkeren Gegnern stellen zu können. Okay. Gengar. Okay, dann kommen wir am Ende unserer Reise hierhin zurück. Wir sollten uns auf jeden Fall diesen Ort merken. Der wird am Ende unserer Reise bestimmt noch wichtig sein. Ich schwimme lieber in einem Schwimmingpool als im Meer. Denn das Meerwasser schmeckt so seltsig wie die Tränen, die ich am Ende eines anstrengenden Arbeitstages vergieße. Och Gott. Oh Mann. Boiolien! Ich würde sagen, du kommst einfach wieder, wenn du so stark wie ein waschechter Champ geworden bist. Okay? Vergiss mich bitte bis dahin nicht. Okay, du musst random. Ich kann mich an diesen Ort hier nicht erinnern. Oh, oh, hi. Vielleicht ein AP+. Okay, komisch. Der will irgendwas von einem, weil man Champ geworden ist. Habe ich so richtig verstanden? An den kann ich mich nicht ganz erinnern. Warte, was? Das ist ein anderer Ort? Das hier zur Route? Ist das ein neuer Ort hier? Keine Ahnung. Egal. Ist ja auch nicht so wichtig. Ähm. Wie kommt man denn da runter? Ich bin ein Item gesehen. Keine Ahnung. Hier geht's runter? Ah, hier ist die neue Route. Hier. Okay. Hier ist doch bestimmt ein Item. Wir können mir nichts erzählen. Hier wird doch ein Item sein, oder? W-w-w-was? Kein Item? Wo viel ist denn das hier dann da? Um mich zu verwirren, oder was? Ja, dann schreibe ich mich jetzt wohl selbst. Sieh mir in die Augen. Ich werde deine Zukunft darin lesen. Dein Schicksal wird dich wenden. Ob zum Guten und zum Schlechten, das liegt außerhalb meiner Erkenntnisse. Wow. So viel hätte ich euch auch sagen können. Ups. Ich, ich bin eine einfache Seele und lasse meine Gitarre für mich sprechen. Meine Musik und meine Pokémon sind alles, was ich brauche. Ich fühle mich überall wohl, wenn ich sie nur bei mir habe. Wir sind reisende Straßengünstler. Und da wir uns jetzt kennengelernt haben, kannst du die hier haben. Oh. TM 92. Bizarro Raum ist eine verrückte Attacke, mit der die Zeit verzerrt wird. Setz ein Pokémon sie ein, könnt ihr langsamer Pokémon für eine Weile zuerst angreifen. Es liegt an jedem Trainer selbst herauszufinden, wie man so eine bizarre Attacke zu seinem Vorteil nutzen kann. Okay. Ja, habe ich nie benutzt, aber es gibt dafür bestimmt auch wieder ein paar Fans. Ich mache wahrscheinlich immer den Pocket aus, weil ich das lieber habe, wenn der aus ist. Weil der ist mir ein bisschen zu groß. Verdeckt ein bisschen viel. Dafür, dass ich den halt nicht so viel benutze. Ist hier vielleicht ein Item? Pipi. Nein. Ne. Anscheinend nicht. Okay. Hi. Oh, du bist auch so aufreisen. Es ist schön, die Welt zu sehen, nicht wahr? Brauchst du schon mal, wo es von den Strudelinseln in der Joteregion gehört? Jedes silberfarbene Pokémon. Eines Tages muss ich es mit meinen eigenen Augen sehen. Tja, da muss ich dich enttäuschen. In meinem Pokémon Silberlettsplay habe ich es leider gefangen. Tja. Das tut mir leid, Mann. Das tut mir auf jeden Fall leid. Nicht... Haha. Willkommen, möchten Sie übernachten? Es tut mir außerordentlich leid, Sie enttäuschen zu müssen, aber wir sind komplett ausgebucht. Sie dürfen sich hier jedoch gerne auf eine Weile ausprobieren. Oh, er hat meine Pokémon. Danke. Kostenlos? Natürlich, Miss. Nice. Dieses Hotel ist so romantisch. Ich warte sehensichtlich auf den Tag, an dem ein edler Ritter auf seinem Pokémon hergaloppiert. Und für mich die Flitterwochen hierher entführt. Okay. Dann wünsche ich dir viel Spaß, darum zu stehen und zu hoffen. Purpurstück. So, wir können ja mal ganz kurz nachgucken jetzt. Äh, ups. Auf die Map, wo es lang geht. Das wollte ich jetzt schon die ganze Zeit machen. Oh. Moment, was? Aha. Es ist direkt hier links. Wir sind schon gleich da. Die nächste Stadt. Weideburg. Okay. Hotel Prachtsee. Eine andere Welt am See der Kühnheit. Okay. Ganz ruhig stehe ich hier vor dem endlos weiten Meer und schaue dem Treiben zu. Einem Schnösel wie mir sagt die Küste einfach mehr zu als das kühle Nass. Lennos. Okay. Das Item haben wir leider nicht bekommen, aber ist auch nicht so wichtig. So eine entspannte Musik hier auf dieser Route. Und die kleinen Kinnis wollen kämpfen. Hehehe, ich kann auch kämpfen. Ja. Und wenn ein 5-jähriger Bengel oder Bengel-In möchte kämpfen. Und die können auch kämpfen. Bidifass. Man muss aufpassen bei Bidifass, weil es einen Wassertypen bekommen hat. Bzw. Belita zu Bidifass rüber. Und auch ganz viele Wasserattacken drauf hat. Wie man hier sehen kann. Wasserdüse. Mhm. Genau deshalb habe ich geswitcht. Wie die Nintendo Switch auf der Plattform, wo wir gerade spielen. Damit ich nicht davon getroffen werde. Auch wenn es wahrscheinlich nicht so einen großen Unterschied gemacht hätte. Weil Magma ziemlich stark ist. Und die Gegner alle ziemlich schwach. Ich bin glaube ich sogar ein bisschen overleveled. Kann das sein? Ich kann es schlecht einschätzen, aber ich glaube irgendwie schon. Ich habe verloren. Jetzt bin ich auch noch ungrich. Oh. Da musst du wohl überteuertes Essen kaufen im Schwimmbad. Diese Wolke sieht aus wie Eiscreme. Wenn ich doch nur welche essen könnte. Okay. Sehr hungrig. Ist mein Schwimmreifen nicht schön? Ist halt ein blauer Schwimmreifen. Ist halt... Ja. Ein Schwimmreifen. Genau. Scharlelos. Oder Lelos. Lel. Lel. Finde ich beides richtig. Kann man sagen wie man will. Wie ich finde. Macht sich Sorgen. Ja. Das ist ein heftiges Viech. Ja komm. Du kriegst das auch so hin. Dann brauche ich gar nicht rauswitchen. Auch wenn das sehr effektiv gegen mich ist. Was? Ich mache keinen One-Hit. Setz aber Herdner ein. Statt mir eine Wasserattacke reinzudrücken. Was sehr effektiv wäre. Setz das Herdner ein. Oh mann. Die KI in diesem Spiel. Oder die AI. Oder die Ramadie ist nicht so gut. Definitiv nicht. Ist es die gleiche wie damals? Oder ist es eine andere? Wenn es mal einer weiß. Dann könnt ihr mal gerne Bescheid sagen. Weil ich weiß es tatsächlich nicht. Ob es irgendwie die gleiche ist von damals. Oder eine komplett neue. Ich weiß gar nicht wie schwierig oder wie einfach die waren. Aber hier sind sie ziemlich einfach. Weil die hier nicht so schlau sind. Ich meine komm. Ob das Chaleters keine Wasserattacke drauf hat. Und darauf kommt. Wie eine Wasserattacke reinzudrücken. Ja es hat eine Gescheidungsattacke eingesetzt. Was ja auch effektiv gegen mich ist. Aber Wasser ist noch mehr effektiv. Also come on. Naja keine Ahnung. Nur Chaleters? Ich verstehe dieses Spiel nicht. Ich bin mir sogar sicher. Dass das im Platin nicht so heftig war. Wie hier in Gewand und Perl. Dass nicht jeder einzelne Trainer das gleiche Pokémon dreimal hat hintereinander. Sondern mehr Variationen drin steckt. Ich bin mir da sehr sicher, dass es Platin besser war. Ich hatte sogar. Ein halbes Jahr vorher oder so. Platin nochmal durchgespielt. Einfach um ein bisschen in den Sinnohr reinzukommen. Und ein bisschen zu vergleichen. Ich konnte mich nicht so gut bewegen. Mein Schwimmreifen war im Weg. Äh. Aha. Aber sonst prallst du darüber? Mutter hat den Schwimmreifen für mich aufgeblasen. Mir fehlt dazu die Puste. Vielleicht kriegen wir irgendwann selber einen Schwimmreifen. So. Das sieht vielleicht nicht ja jeder. Aber man kann hier lang. Hier kann man lang. Und hier ist ein geheimer Weg zur nächsten Stadt. Oder der richtige Weg, um ehrlich zu sein. Aber. Sieht so geheim aus. Es gibt da ein extravagantes Restaurant in einem extravaganten Hotel. Dieses extravagante Restaurant besuchen viele extravagante Leute. Die gegen andere extravagante Leute kämpfen wollen. Extravagant. Das ist doch schön und extravagant. Ah. Ich hatte den Fisch extravagant schon fast eingeholt. Hm. Da habe ich dich wohl gestört. Olaf. Ich frage mich, wofür die eigentlich so viel fischen. Verkaufen sie vielleicht die Fische? Oder wollen sie sich für sich selber haben? Weil. Ich meine. Manche Angler sagen wie. Ich habe mein Leben lang gefischt. Ich bin so krasser Fischer. Und dann haben die nur so zwei Pokémon. Okay. Da fragt man sich schon manchmal. Wo? Wo hast du denn so viel? Oh. Garadoss. Garadoss muss man aufpassen. Ein Kv-Doc kann sich nämlich auch mal zu einem Garadoss entwickeln. Und wenn es das tut. Dann haut es auch mal richtig rein. Ach der hat mich nicht schon mal ein Garadoss-Misplay? Doch. Ich meine schon, oder? Wie auch immer. Jetzt haben wir nochmal ein Garadoss. Und ich weiß wirklich nicht, wie groß eigentlich ein Garadoss sein soll. Im Anime ist Garadoss so riesig. Und in den Spielen ist Garadoss halt die Größe die Sätze ist. Was ist denn jetzt richtig? Ganz ehrlich. Ich finde das hier zu klein. Und das im Anime zu groß. So ein Mittelding wäre eigentlich ganz gut. Für so ein Garadoss. Aber naja. Pokémon-Spiele und richtige Größen der Pokémon. Das ist auch ein lustiges Thema, oder? Und nein. Er hat eine Pistole. Eine Wasserpistole. Kremorat basiert nämlich auf einer Wasserpistole. Also schnell weg, bevor es mir abspritzt. Pew, pew. Und dann ist es weg. Kaputt. Drauf gestampft und kaputt. Nein, du sollst vor einem Erwachsenen mehr Respekt haben. Seine Essen, gib mir die Kohle, die ich verdiene. Du solltest einen Gang zurunterschalten. Okay. Dann schalte ich an den extravaganten Gang-Rug-Rug-Rugger. Haus von Dr. Schritt Ritt. Fußabdrücke sagen alles. Schritt Ritt? Wer nennt sich bitte so? Na, der Typ hier. Wenn ich die Fußspuren eines Pokémon sehe, kann ich sofort erkennen, was es gerade denkt. Oh, glaubt mir aber nicht? Nun, dann lass dein Magma doch mal vor mir herauflaufen. Anhand seiner Fußspuren werde ich ermitteln, was es von dir hält. Okay. Wenn dein Pokémon aus eigener Kraft an der Reise unternimmt, sind seine Möglichkeiten begrenzt. Aber wenn es mit einem Menschen unterwegs ist, dann kann es sehr viel mehr von der Welt sehen. Mit Mike zu reisen, gibt es einem ein beruhigendes Gefühl. Und unterhaltsam ist es auch. Das geht im Kopf von Magma vor. Echt so, Magma? Stimmt das? Dann komm mal aus dem Ball raus. Oh, das geht hier nicht. Moment, da müssen wir uns nach draußen bewegen. So. Dann komm mal aus dem Ball raus. Dann lauf mal ein bisschen mit. Hi. Tricky dreht sich lächelnd zu dir. Oh, er ist glücklich. Das ist doch schön, dass er glücklich mit mir ist. So. Ich will mal ganz kurz gucken, was es hier links gibt. Bevor wir jetzt gegen die anderen Trainer kämpfen. Ach, hier ist nur der Honigbaum. Ich dachte, hier wäre noch ein Item. Nö. Nö. Ich werde dir zeig, wie Erwachsene kämpfen. Erwachsene sind ziemlich schwach im Vergleich zu kleinen Zehnjährigen Kindern, die sehr viel mehr Ahnung haben von Bogomann. Das ist aber ein Fakt. Die meisten Zehnjährigen haben mehr Ahnung mit Bogomann als Erwachsene. Und da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Das ist ein Fakt. Ich will die Beweise sehen, die dagegen sprechen. Dann können wir noch mal reden. So, Flammensturm ich auch probieren. Ihr seht schon, warum ich mich dafür entschieden habe. Feuerschlag ist zwar cool, aber das sieht noch heftiger aus. Ne, Cindy? Zu solchen Tricks greifst du? Pah! Naja. Du wolltest kämpfen. Du siehst nicht wie ein besonders starker Trainer aus, aber dieser Eindruck täuscht. Oh, na dann. Ich bin einfach zu heftig. Oh, mach diesem Großcliffs irgendetwas. Das sagt mir mein Instinkt. Aber wie ich darauf kommen soll, sagt er mir das nicht. Hier hoch? Diese Felswand ist sehr uneben, ob man sie mit Hilfe einer Feuermattacke erklimmen kann. Hm. Vielleicht. Aero Ass. Finden wir hier. Eine sehr coole Attacke, aber haben wir die nicht sogar schon? Ich meine, wir hätten die sogar schon. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir ein paar neue Attacken. In TM-Form. Und Traumvogel haben wir schon öfter nicht mehr benutzt. Bist du, länger nicht mehr benutzt. Das ist das richtige Wort. Ich weiß aber auch gar nicht, was ich mit Traumvogel so unbedingt machen soll. Das dauert halt auch, bis es sich entwickelt. Und deshalb... Ich weiß nicht, was ich machen soll mit ihr. Ich kann sie ja mal ein bisschen nach vorne tun und leveln, das wäre ja eine Idee. Damit sie ein bisschen mehr, ähm, XP bekommt. Ein bisschen mehr, ja, Screentime. Ähm. Ja, warum nicht? Können wir machen. Denke nicht, dass das so schlimm ist. Ich meine, Triki kann ja trotzdem vor mir rumlaufen. Nein, Triki, du musst ja nicht kämpfen. Ja. Er ist glücklich. Und ich bin auch glücklich, denn wir haben die neue Schad erreicht. Läufst du am Strand durch den Sand, hinterlässt du Fußspuren. Bogmann haben daran genauso viel Freude wie Menschen. Cool. Puh, von Schlaherde bis hierher war es ganz schön weit. Ich fühle mich richtig ausgepowert. Wir sind da. In. Weideburg. Ich besuche diese Gegend, weil ich das groß mal sehen will. Ich wohne im Hotel am See. Aha. Mann, ist das nervtötend. Was willst du denn? Ein kleines Bike mit gerade mal drei Orden? Puh. Von so jemanden lässt sich Team der Galaktik garantiert nicht dazwischen funken. Aber ich habe Wichtigeres zu tun. Wo lasse ich dieses Ding jetzt am besten hochgehen? Ha. Ein Bombenjob für Team Galaktik. W-w-w-was? Bomben? W-w-moment. W-w-wo ist das Schild? In Platin gab es hier ein riesiges Schild, wo man Fotos machen konnte. Wo ist denn das hin? Wo ist das? Keine Ahnung, aber manche Trainer verhindern. Man wusste, dass sich ein Pokémon entwickelt. Sie warten damit, bis es durch Levelaufstieg bestimmte Attacken erlernt hat. Ja, cool. Aber das kann man doch auch bei einem Attackenerlerner machen, dann lohnt sich das so gar nicht. Aber wo ist das Schild hin? Hä? Warum? Wo ist es weg? Was hat denn dir mal so viel falsch gemacht? Tricky gibt einen Kampfschrank vor sich. Ja, er ist genauso wütend, wie ich. Kann ich verstehen. Das gibt es doch nicht. Das kann man doch nicht machen. Mal ganz ehrlich, hallo? Ach, egal. Hallo, ich möchte mir deinen Pokémon ansehen. Vielleicht ist es ja eines schalswürdig. Hm, verstehe. Das ist nicht ganz, was ich mir hofft hatte. Ich möchte dich anlügen, aber daher sage ich es dir oft ins Gesicht. Dieses Pokémon ist nicht schlecht. Oh, aus Schleide. Die beiden haben immer ihren Pokémon dabei, wenn sie etwas unternehmen. Wie schön. Cool. Patschi. 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 Platsch, platsch. Okay. Du erinnerst mich an diesen hebeligen Jungen, den ich vor kurzem getroffen habe. Er hatte ein sehr enges Verhältnis aus einem Pokémon, genau wie du. Danke, dass du mich zum Lächeln gebracht hast. Ich möchte dir das hier schenken. Bring dir diesen Lodos-Dicker-A an deiner Kabalkapsel an, ja? Lodos-Dicker-A. Danke. Und sehr komisch. Weiß gar nicht, wie sie meinte. Naja, erstmal kurz Pokémon heilen, würde ich sagen. Du, 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 du. Das Großmau von Weideburg war ein Teil des Meeres. Doch das Meerwasser versickerte irgendwann im Boden und zurück blieb dieses riesige Sumpfland. Deshalb soll es hier acht Burgmann geben, die äußerst selten und nur hier zu finden sind. Das Großmau ist wirklich riesig. Wie riesig, fragst du? Geh zum Punkt und warte und sehe es dir an. Dann weißt du Bescheid. Hier reden alle von einem Großmoor. Ist vielleicht das unser nächstes Hindernis? Oder verwechsel ich das gerade komplett mit was anderem? Keine Ahnung. Aber, was ist das hier eigentlich? Weideburg, aha, Großmoor, Pokémon-Warte. Ach, das ist das. Aha. Willkommen im Großmoor, dem Schauplatz des Safari-Spiels. Alles, was du für... Alles, was du für nur 500 Poké-Dollar fangen kannst, gehört dir ein bisschen dabei. Ähm... Okay, lass einfach die Safari-Zone in anderen Spielen. Okay. Großmoor ist Safari-Zone. Alles klar. Wenn man durchs Moor läuft, sinkt man manchmal ein. Ich habe beim Versuch, mich zu befreien, der hat die Geduld verloren, dass das Safari-Spiel für mich komplett gelaufen war. Nicht gut. Durch das Fernglas kannst du sehen, welche Pokémon du im Großmoor fangen kannst und wo du sie findest. Aha. Aha. Ich fühle mich verschwenderisch. Let's go. Ja, also, basic, man fährt hier mit dem Zug hier hin und dann findet man hier überall in diesen Sumpfen bestimmte Pokémon, die man sonst nicht so oft fangen kann. Da gibt es zum Beispiel Knospi, das ist eigentlich sehr oft, Anton ist auch eigentlich ziemlich oft und Azuril, was nicht so oft ist, tatsächlich. Und hier gibt es Moorlord und ein Staravia. Und, äh, ja, bestimmt noch mehr, aber ich gebe es nicht mehr Geld aus. Also, ja, das ist ganz gut für Leute, die wissen wollen, was man hier heute bekommen kann. Bevor sie hier 5 von rausgeben, geben sie den 100er extra aus, um zu gucken. Okay, kann ich verstehen, aber, ne. Weiß nicht. Bilde ich mir das nur ein oder erscheinen heute andere Pokémon im Großmahl als gestern? Nein, genau so habe ich es auch gerade gesagt. Im Großmahl gibt es eine Eilbahn. Meine Fahrt damit bietet sich an, wenn du in ein weiter entferntes Areal gelangen möchtest. Jep, da fängt man hin und her, wo man halt hin will. Aber das lassen wir jetzt erstmal, weil ich sehe da jetzt gerade nicht so einen großen Sinne, das zu machen. Ich bin auch kein großer Fan von. Vielleicht mache ich es irgendwann mal, aber jetzt habe ich keine Lust. Wie ist die Arena? Pumann Arena von Weideburg. Arena-Leiter Wellenbrecher Marinus. Meister der Fluten. Oh, ja, Magmala, es tut mir leid. Aber da bist du wohl nicht so hilfreich. Da hätten wir wohl lieber Inia, den Shell Terror. Ich kann mal Traumvogil hier als Begleiter rausholen, damit ich dann trotzdem ein anderes Pokémon... Steuerung! Kann man nicht sogar... Ja, man kann sogar mit Ypsom bewegen und ich stelle mich noch so an. Komm, egal. Egal. Weideburg Arena-Leiter, wie soll ich sagen? Er ist grandios, wenn auch auf eine seltsame Art. Es ist schwer zu erklären, aber wenn du gegen ihn antrittst, wirst du sehen, was ich meine. Wir werden definitiv in der nächsten Folge gegen ihn antreten, aber in dieser Folge wird das ein bisschen schwierig. Jetzt reicht leider die Zeit nicht mehr aus. Im großen Mal gelangt man per Eilbahn im Nu von A nach B. So wird auch das empfindliche Ökosystem nicht gestört. Echt man? Ja, keine Ahnung, was er labert. Aber wir haben noch nicht alles gesehen in dieser Stadt. Die ist ein bisschen größer, als ich dachte. Weideburg, die Stadt am Großmoor. Hier gibt es ein paar Beeren, die man abpflanzen kann. Dann gibt es auch so viele Leute, mit denen man reden kann. Und hier ist auch noch irgendwas. Einiges Wassergebiet, keine Ahnung. Und hier links geht es dann zu einer neuen Route, aber die lassen wir erst mal. Versuche noch in dieser Folge, alles Restliche von dieser Stadt reinzupacken, damit wir in der nächsten Stadt, in der nächsten Folge mal nicht direkt alles Wichtige machen können. Arena, basically. Ich gehe in ganz Höhne spazieren und liebe es, wie bei Beeren zu pflanzen. Ich will dir auch eine Beere geben. Warum fassen sie nicht irgendwo ein? Coaco-Beere. Dankeschön. Meine Schwester sah mir täglich Beeren. Also komm doch bitte wieder vorbei. Wir kochen auch mit Beeren. Und wir mischen sie. Das ist so lecker. Ja, ich habe es auch mal probiert. Das war eigentlich so ein tolles Ergebnis. Ich studiere seltene Pokémon, die man nur im Großmau findet. Schön für dich. Das Großmau besorgt auch an heißen Sommertagen für eine kühle Brise. Das ist genau der richtige Ort für Wasser-Pokémon. Mhm. Pi! Es gibt viele, viele Wasser-Pokémon. Ab diesem Punkt sollte man auf jeden Fall schon mal einen Pflanzen-Pokémon haben. Hey, sag mal, du weißt doch sicher, dass das Pokémon Burmi verschiedene Formen hat, oder? Und besitzt du Burmi in allen verschiedenen Formen? Was? Du hast ja nicht mein einziges Burmi. Magst du sie etwa nicht? Aber sie sind doch so putzig. Doch. Burmi... Hab ich nicht. Ja, nee, hab ich nicht. Betroffen wir doch mal das Pokémon Burmi. Es zeigt uns, dass man sich abhängig von der Umgebung, mit der man lebt, verändert. Gott, diese Burmi-Fanboys, da muss ich schnell raus. Ganz schnell raus. Burmi ist sehr nutzlos. Was ist schon mal auf dem Pokémon-Landgut? Der Besitzer Herr Reichedel liebt nichts mehr, als von seinen Länden in Pokémon zu schwärmen. Ja. Versuch dich im Großmoor von Weidelburg am Safari-Spiel. Oh Gott, überall Werbung für das Großmoor. Ich stehe hier, exakt in der Schattmitte. Okay. Okay. Cool. Alle nennen mich Attackenmanik. Ich kenne sämtliche Attacken, die ein Pokémon erlernen kann. Ich kann auch deinen Pokémon Attacken beibringen, wenn du magst. Als Gegenleistung hätte ich gerne eine Herzschuppe. Ah, guck mal, hier ist er sogar schon. Der Typ, über den ich geredet habe oben. Ja, man braucht nicht unbedingt. In manchen Pokémon spielen braucht man nicht unbedingt. So den Pokémon so lange zu trainieren, bis ihr eine bestimmte Attacke haben. Und man kann sie aber schon vorher entwickeln, aber man muss auch mit dieser Attacke haben. Man kann auch in dem Attackenanlerner gehen. Mit einer Gegenleistung. Und die ist meistens, na, meistens nicht so teuer. In manchen Spielen ist es leider schon ein bisschen teuer. Aber in diesem Spiel zum Glück nicht. Und ich würde auf jeden Fall sagen, in der nächsten Folge gucken wir uns das mal genauer an. Und machen die Arena. Also wer auf jeden Fall gespannt ist darauf, sollte auf jeden Fall die nächste Folge nicht verpassen. Und Like da lassen. Und Like da lassen.